Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Resident Evil 7 und jo, wir sind im Safe Room und ich habe das Prinzip jetzt glaube ich langsam verstanden, also die Safe Rooms sind wohl wirklich safe, das heißt auch dieser Raum im im Erdgeschoss dürfte dann eigentlich absolut sicher sein im Sinne von, dass wenn ich da reingehe, das ist eigentlich nichts mehr, also ich weiß nicht, wie es ist, wenn man verfolgt wird, ich weiß nicht, ob das dann auch noch sicher so darauf zutrifft, aber eigentlich müsste es so sein, ja. Und von dem her ist es eigentlich gar nicht mehr so schlecht, weil also Safe Rooms zu haben, ist schon ganz cool. Alright. Schatzfoto. Oh, wait, habe ich das jetzt aufgehoben? Ich habe etwas Nettes versteckt, finde es, wenn du kannst. Warte mal was, kann ich es nochmal angucken? Okay, das ist auf jeden Fall nicht der Kamin vom Anfang. Okay. Die Flinte bekommen und die Hundeköpfe bekommen und Dietrich, das ist echt endlich mal wichtig, weil what the fuck. Eigentlich ist es unlogisch, schon mit einem Taschenmesser. Gut, okay, kann man jetzt nicht automatisch hier das Schloss knacken, also ganz sicher nicht, aber hier und da könnte man damit auf jeden Fall auch was anfangen. schon wieder nicht, äh, es gibt es doch nicht, oder? Alter, really? Das ist keine stinkende Chemiekariene, was ist das nochmal? Das mit dem Inventar ist echt nervig, also du hast so wenig Platz, also das ist echt scheiße nervig. Vor allem, wenn ich noch die Flinte bekomme, also du hast ja kaum Platz für, du hast ja kaum Platz für drei Waffen und drei Mal Munition, Arzneimittel, das ist ja schon fast voll. Und ich meine sowas wie ein Dietrich, ach, das ist nur, oh, es ist ein Dietrich, das heißt, du kannst damit nur ein Schloss knacken, geht leicht, oh mein Gott, ich dachte, das ist jetzt irgendwie so ein Permanenter. Und warte mal mit dem Skorpion, kann ich nicht oben, kann ich oben zurück? Ich weiß gar nicht mehr, wie sind wir überhaupt hergekommen, das ist schon so lange hergefühlt. Vielleicht könnte ich den Skorpionschlüssel dann auch gleich benutzen, aber ich glaube, das Spiel sieht schon vor, dass ich jetzt hier weitergehe, aber das ist halt schon wieder so nervig, ey. Okay. Oh mein Gott, wow. What the fuck? Okay. Die Überraschung ist den Entwicklern gut gelungen, muss ich zugeben. Alter! Heilige Scheiße. Ja, ich wollte jetzt nicht noch mehr Munition verschwenden, weil ich schon wieder 500 nebengeschossen hab, gefühlt. Wobei, nein, wenn ich jetzt eine Arznei benutze, kriege ich keinen mehr Inventarplatz. Fuck, man. Die haben das genau vorhergesehen, dass man, oh mein Gott, what the fuck? Are you fucking kidding? Scheiße. Aber wieso? Weil ich den Schlüssel wahrscheinlich genommen hab, oder? Ah, diese Arschlöcher. Warum war da grad so ein Rauch? Oh mein Gott, das hat hier ges... Ah, lol. Okay, ich hätte vielleicht vorher gucken sollen, ob die Tür unten offen ist, weil ich bin mir grad ziemlich sicher, dass die verschlossen ist. Ah, jetzt ergibt Sinn. Oh, wir haben so viel Müll dabei, aber die können wir jetzt mitnehmen. Aber man kann auch sortieren, lol. Warte mal, die nehmen wir mit. Ah, ich hab meine gesamte Munition verschossen, deswegen hab ich den Inventarplatz frei. Ja gut, okay, dann brauchen wir das noch, das Schatzfoto, das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Den Dietrich brauchen wir. Das ist mit der Chemikalie da. Ja. Ja. Ja, gehen wir jetzt einfach mal so los, würde ich sagen. Alright. Okay, das heißt, ich hatte den richtigen Riecher sehr wahrscheinlich. Dann, ja, würde ich sagen, gehen wir gar nicht erst nach unten, weil... ...dann dürfte sie eigentlich schon ziemlich sicher sein, dass... ...es unten gar nicht mehr weitergeht. Genau. Oh. Das ist nicht gut. Was zum Teufel will ich mit einem fucking Ohrenpendel? Ups. Muss zugeben, das überrascht mich grad ziemlich hart, dass wir jetzt wieder hier sind. By the way, kann ich auch aufhören zu sneaken, dank Sniper-Arax weiß ich ja mittlerweile... ...dass es nichts bringt, weil meistens, wo man entdeckt wird... ...ah, weil die zwei Plätze wegnimmt. Warte mal, was steht da dran? Aber wenn ich das jetzt runterwerfe... ...ä, das regt mich so auf, oder scheiß? Ach, und ich hab mir die stinkende Dinge ins Chemikalie auch gar nicht geholt. Mist. Na, dann kann ich nicht wieder zurücktun. Alter, ist das nervig, ey. Ohne Witz. Das geht mir, das geht mir schon ein bisschen hart auf den Sack, das Inventar. Also, ich meine, klar, kleine Inventare am Anfang von einem Spiel, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Aber alter, du kannst dir gar nichts mitnehmen. Also, what the fuck? Gut, den Schlüssel brauchen wir jetzt nicht mehr, würde ich sagen. Und ja, also, das ist echt übertrieben, finde ich. Also, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Also, dass man jetzt nicht 500 Plätze hat, ich meine, das ist verständlich und das ist auch in Ordnung. Aber, what the actual fuck, Alter. Aber das ist eh voll sinnlos, weil das wird nicht funktionieren mit dem Uhrenpendel. Denn, das ist ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das ja nur, das passt ja nicht, genau. Das ist ja nur das, was pendelt. Was ich gebraucht hätte, wäre der Stab, wo es dran hing. So, das heißt, das funktionieren wir auch nicht. Das heißt, das Uhrenpendel, so blöd sie ist, oder soll ich es gleich wieder wegtun oder scheiß drauf? Nein, tun wir erst mal hier einen Kopf platzieren, damit zwar safe, was Schlimmes passieren, aber egal. Ah, dann haben wir nicht dabei. Das meine ich halt, was ist das für eine Scheiße, Alter. Alright. Also, Uhrenpendel einlagern und Kopf holen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da wieder einer kommt. Und dann muss ich nochmal gucken, was haben wir jetzt alles gefunden eigentlich. Einen von den drei Köpfen. Und sonst, gut, den Schlüssel, den brauchen wir jetzt nicht mehr, aber ich denke jetzt nicht, dass es davon noch so eine Tür gibt. Ja, vielleicht brauchen wir das Videoband. Vielleicht muss man sich das tatsächlich anschauen, um irgendwas herauszufinden. Was wir machen könnten, wäre die Flinte zu probieren, probieren zu holen mit dem Dietrich. Also die andere Flinte, es gibt ja zwei. Also ich denke mal, dass es auch dieselbe ist. Genau. Dann probieren wir erstmal das mit dem Hundekopf, weil, äh, was ist das Spiel so von uns verlangt? Worüber ich echt kotzen könnte. Da kommt ja dann wieder der Jake. Jakey Boy. Oh. Oder auch nicht. Na, wo ist das? Ich weiß nicht, welcher Weg sinnvoller ist. Der Weg ist eigentlich dämlich, weil wir sind das erste Mal auch oben lang gelaufen. Weil der andere Weg ging ja da hinten rum. Das ist ja Schwachsinn. Das heißt, diese Tür hier. Der ist natürlich genau da, wo ich hinwähre, Alter. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Ich zerschwetsch dich wie einen Käfer. Ich hoffe, Margarita hat es dich gehört. Scheiße. Was ich nicht verstehe ist, was zum Teufel bringt mir ein fucking Dietrich, mit dem ich nicht hier probieren kann, jedes Schloss aufzusperren? Das habe ich letztes Mal nicht gemacht, die Kiste hier zu zerstören. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verpiss dich hier, man. Fuck you, kid. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe es sogar geschafft. Das verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht, weil die Oma drin sitzt. Gehen wir mal hier durch. Probieren wir es mal hier. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Oh, nee. Leute, ich dachte gerade die Tür ist. Wo ist der denn? Fuck, man. Fuck, man. Was ich jetzt echt gern ausprobieren würde, ist, ob das funktioniert. Wenn ich jetzt hier reingehe, dass es dann quasi sicher ist. Keine Ahnung, ist das schwierig hier zu sagen, weil der Typ mich hier gar nicht verfolgt hat. Mist, verfolgen. Und das ist fast ein bisschen zu früh. Ehrlich gesagt, ich habe auch gerade keine Ahnung, was wir machen müssen, weil das einzige, was mir zu einführen würde, wäre eigentlich tatsächlich das Video anschauen, weil Hundeköpfe... Entweder ich bin komplett... Also die Flinte bekommen. Warte, was steht denn da dabei? Aber das kann man gar nicht aufmachen. Könnte man das nicht irgendwie aufmachen? Okay. Also dann würde ich sagen, nehmen wir uns das Video mit. Und probieren uns das anzugucken. Das Problem ist halt, der läuft natürlich genau darum, wo der einzige Fernseher ist. Aus dem Stehgreif zumindest, wo einer war. Genau. Und dann müsste ich mir nochmal genauer Bücher und so einen Scheiß angucken. Weil der letzte Hundekopf war ja in einem Buch drin. Okay, jetzt können wir uns hier nicht umgucken. Okay, das sollte uns ein kleines Zeitfenster verschafft haben. Also die portet sich hier rum, wie er lustig ist. Fuck. Hier ist ja kein Fernseher, ne? Das heißt, wir gehen hoch. Und ins Zimmer mit der Oma. Weil da hinten kommt man ja nicht mehr hoch. Also es ist jetzt unmöglich, dass er... Wenn er jetzt wieder hier steht, dann... Okay. Dann könnte er sich nämlich porten. Porten der Gegner sind echt ekelhaft. So, jetzt müsst ihr eigentlich pausieren. Also jetzt sollte eigentlich in der Zeit nichts passieren können. Okay. Puh. Schisch. Ethan, please watch this. Mia Winters' Old House. Ich frag mich halt, wie hat die fucking Videos aufgenommen, wenn die ne Gefangene war? Buh, sie hat bei dem schwarzen Dreckszeug. Ist die in dem Kesselraum? Ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt. Das war nicht ich. Ich weiß... Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Oh, Leute, die sind im Wald. Oh. Ach, muss ich jetzt laufen? Alter. Ich find das irgendwie nervig, wenn ich mir fucking Videos angucke und dann muss ich selber agieren. What the fuck is das, Alter? Run, boys. Was? Was für ein scheiß Arschloch hat die Tür zugemacht. Eee. Oh mein Gott. Hä? Oh. Na okay. Falsche Tür genommen. Finden sie Plätze zum Verstecken, um nicht von Marguerite entdeckt zu werden. Ja, wie sinnlos ist das, Alter? Moment. War jetzt das die Tür, wo sie mich erwischt hat? Nein. Nein. Ich kann nicht sagen, dass ich das verdiene. Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Schisch. Geht's durch die Tür. Alte Schachtel. Ich begreife dich überhaupt nicht. Es ist eine Gabe. Oh, lol. Oh, lol. Moment. Ethan? Moment. Ist das jetzt Gegenwart oder Vergangenheit? Achso, ja gut. Naja, never mind. Die wissen natürlich schon, wie der Typ heißt. Weil... Ja, nee. Never mind. Nicht von Marguerite fangen lassen. Nicest objective, boys. Ach, komm, verpiss dich. Also hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Aber ich glaube... Aber mit dem Ding... Was ist das irgendwie? Also keine Ahnung. Damit kann man doch keine Spinne erzeugen. So im Schattenbild. Bitte schau nicht in die Ecke. Bitte schau nicht in die Ecke. Und... Mist, sie steht da jetzt rum. Fuck, sie kommt wieder raus. Weil ich das eigentlich gar nicht mehr so... Also das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das mit diesen... Schattenfiguren, ey. Finde ich eigentlich ganz cool. Aber... Das mit den Videokassetten finde ich nicht cool. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Jetzt mal, Mann. Und was macht... Warum kann ich... Warum kann ich das nicht nehmen? Was bringt mir das, wenn ich das nicht nehmen kann? Und hier kann man nicht runter? Die Mülle, da kann man doch immer reingucken. Nope. Okay, da muss ich doch woanders hin. Das heißt, ich muss irgendwas finden, womit ich eine Spinne erzeugen kann. Oder nee, nee, Schwachsinn. Das kann ich jetzt einfach machen, wo die alte weg ist. Okay, auf jeden Fall schon mal so rum. Oder? Ja. Verdammt. Verdammt. Ah! Oh ja. So ist pretty perfect. Sehr viel besser geht's ja nicht. Ah, wieder im Geheimgang, Boys. Gefällt mir, gefällt mir. Ich warte immer noch auf den Moment, wo man von hinten gepackt wird, während man so durch so einen Geheimgang gehen will. Das ist eigentlich so klassisch für solche Spiele ist. Ich sag, eine Outlast. Wo man durch zwei Bücherregale irgendwie durch will. Und dann kommt der Fettzeug und packt einen von hinten. Da! Junge, da schießt man sich so in die Hose. Das wird hier, das kommt hier safe auch noch. Ich weiß nicht, wann es kommt, aber es wird kommen. So, jetzt kam zum ersten Mal kein Speicher. Oh, jetzt kommt der Speichelpunkt. Genau, und ich würde sagen, an dieser Stelle macht's gut. Macht's gut aus rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.